Und damit Willkommen zurück zu Castle Crashers hier auf dem Kanal Mehrspieler. Mein Name ist Simon, mit dabei der Marcel, der hier gerade schon heftig am fighten ist. Hallo Marcel. Hi. Und der Daniel, hallo Daniel. Hi. Innern Luft, ich bin okay. Wir befinden uns immer noch im selben Bossfight. Marcel gibt hier sein Bestes, um alleine gegen die Katze zu bestehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen lame, dass wir nur zugucken können, aber naja, da machen wir jetzt an der Stelle nur nix gegen. Nein, gib mir was zum Draufpringen. Du Affenkopf. Affenkopf. Nein, wir müssen uns nachher unbedingt mal Heiltränke kaufen gehen, das ist glaube ich wichtig. Boah, Junge, richtig miese Combo gerade gegeben. Conor McDrugger ist ein Scheiß gegen mich. Ja? Sein Arm ist einfach länger. Also keinen Penis. Also keinen Penis? Fuck ey. Die Cheaten. Die haben hier doch alle einen Aim-Hack. Die Cheaten doch die Römer. Nein! Oh, wie zieht. Komm, schieß, 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 bitch. Bitch Lasagna. Die ist auch drin drauf. Ich wollte gerade sagen, wie kommst du so hoch, wenn du schlägst. Da ist ein Heich, Marcel, da kannst du drauf. Ja, er verdeckt ihn. Junge, er hat einfach nur Stichelkreis mit mir in der Ecke. Ich muss in Ruhe. Ich denke, das ist mit meiner Mankie kaputt. Ha! Rainbow Man is there. Alter, wie bleibst du so lange in der Luft? Nämlich krasse Combo's auspacken. Ja, Marcel ist echt nicht bad in dem Spiel. Da ist so sein Main-Game so... Ja! Ich hab 2000 Stunden. Oha, da hab ich vergessen, dass der so nice ist. Zweimal. Wenn du das jetzt verkackst, Marcel. Ohne Witz, dann gibt's aber Schläge. Wenn man gegen so einen Katzenei hat, hat man halt auch einfach keine Chance. Boah, Marcel, das wär jetzt hip gemacht. Boah, dem hast du gegeben, Alter. Dem hast du einfach gegeben. Jetzt juke ich ihn rein. Juke hinter ihm. Ich hab jetzt gerade wieder Katzenei-Modus. Dann bin ich jetzt aber darauf vorbereitet. Was denn? Junge, du Skiller, ey. Komm, mach gut. Nicht auf mich. Lass mich doch mal richtig hier loskommen, Marcel. Was sind denn deine krassen Combo's denn, Marcel? Oben ist Holz. Ja, ich hab kein Ding. Ich und mein Holz. Also, du hast keinen Heiltrank, ne? Nee, ich bin nicht so ein Glück, dass ich sowas brauch. Nicht so in meinem Leben. Das gleich stimmt, ey. Das wär so ärgerlich. Woah, das war close. Komm, give me all you got. Machst du das, dass das so lange... Ist das X und Y einfach nacheinander oder was? Hä, nein. Du musst deinen Controller nach oben links halten und den langsam nach unten rechts bewegen währenddessen. Ach so, Marcel. Marcel. Marcel spielt mit dem Luigi Controller. Ja. Mieser Juke an der Stelle. komm kotz mich an jetzt macht boots dann ist rip jetzt rip ihn jetzt kriegt Marcel wieder das ganze Loot fass auf das klingt doch kein alter dieses Geräusch ey klingt das schön alter Schwede Marcel ist öfter gestorben als wir als ob ich gerade sagen ganz oft 60 mal gestorben ist so jetzt können wir wieder leveln hier Jungs und Marcel du hast kein Level ab oder ja magische Energie ist doch voll dumm wenn du ja aber wenn du jedes mal wenn du den leuchten Bereich kommst du kommst in neue magische Fähigkeit ach so ich weiß halt nicht was klug ist zu skillen tatsächlich also verteidigung alles eigentlich bis auf Fagility und Achillity habe ich bisher noch nicht so rausgefunden wieso das so geil sein soll Agilität ist das halt ne ach sag bloß nochmal vier stück auf strength ihr holt euch alle schon die neue magische Fähigkeit machen wir direkt weiter oder kannst nicht mehr umskillen jetzt weil du bestätigt hast ach kacke noob äh ja ich würde sagen wir springen in den helltrank shop seid ihr mit eurem Charakter eigentlich schon höher gelevelt als ich kann das sein ne wir haben extra zurückgesetzt ja wir haben extra zurückgesetzt weil ihr schon so viel hattet ist einfach skill oh guck jetzt hier ist dieser Kompass den wir brauchen für den Wegelmann aber warte ich muss zu diesem Schmied hin ich muss zu diesem Schmied hin na du musst hier rein in das Viech da hier gibt es die Waffen oh nice was habe ich denn eben bekommen du kannst hier alles aussuchen was wir bekommen haben du siehst irgendwo über die Stats dann ne hier ist bei mir so ein so ein verboten ja stimmt ich kann zum Beispiel nehmen vielleicht ist ne DLC Waffe man kann ja diesen Baumstamm nehmen ist ja Fancy ja es gibt hier auch Brokkoli oh nice ich kann hier dieses Deutschschwert nehmen wie cool ist das denn das ist gut das macht deine magischen Fähigkeiten stärker aber Agilität holt drunter und wir wollten in den Shop und uns dann Heiltrinke kaufen wo war denn der Shop nochmal hier Marcel hier ist der Nurse hier ist der Nurse hier ist der Nurse hey ja bitte ey wir müssen doch wieder einfach hier hinten hoch guck easy warte war warm Spaß ja ich glaub der Shop kam dann erst hier ne ne der war weiter oben ne ne ja ok hier ist auch einer aber da wo wir letztes mal waren der war woanders kaufe ich mir die ja kauf dir mal drei Stück oder so mit X wie denn? X X so jo und wie benutzt ich die dann? auf LB und dann so lange auswählen bis du die Halt hast also du hast ja dann Bogen oder das und wenn du die dann ausgewählt hast B drücken Alter was war das denn grad für ne Schmuchstilbogen? ich will doch nur auf die Karte oder wenn die jetzt zur Karte gehen dann steht ja alle nicht gespeicherten Inhalte gehen verloren du kannst du kannst du kannst sind die Drecke gespeichert oder nicht? ja ja mach einfach guck saving steht sogar dabei warte mal geh mal zum Shop ach da ist der Shop hier ist der Shop ja ja aber geh mal zum Dock geh mal zum Dock bruh zum Dock geh mal zum hier wir haben da jetzt schon mal den Kompass den können wir doch schon mal abgeben oder nicht? hier guck achso ok es wird nur angezeigt ah ja ja da haben wir ein Häkchen beim Kompass also braucht man nicht extra vorbeibringen? ne anscheinbar noch nicht so Bitch Lasagna jetzt müssen wir noch da oben Bitch Lasagna? jetzt kommt hier der nächste ja wir haben unsere Tränke noch ok unsere Leute brauchen Hilfe Leute Leute Jungs Leute Leute Jungs ach jetzt kommen hier die Furys jetzt kommen die Schafe ich weiß nicht wie bei dir ein Schaf aussieht aber ich weiß nicht wie bei dir ein Schaf aussieht aber benutzt alle eure nice neuen Fähigkeiten außer Simon der hat einen Schaden aber da wohne ich hinter die coolen Kids oh Alter die schießt einfach mit Fischen muss man sich mal geben krank die sind ich glaub ich noch nie gesehen dass einer von den ach jetzt hab ich noch gesehen dass einer von den Fischis der ist die letzten mal nie geschränkt gerafft ok kaputthauen die ähm 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 Weißen Simon Simon ja ich darf jetzt aber wieder rassistisch hier ich darf das sagen ich bin selber weiß achso die weißen kaputthauen ja Stiefelkreis wuuu Stiefelkreis ja geschickt hat da hinten die man wie kannst du schon wieder so viel Damage bekommen haben wieso hab ich nur noch zwei Tränke ich hab einen benutzt gerade nein doch du warst von das Leben was hattest du mich gefragt Marcel schon wieder so viel Leben verloren konntest ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich weiß es ist also wirklich nicht das hast du schon wieder ein benutzt das hast du schon wieder ein was machst du denn nein ich hab nicht auf den geklickt ohne Scheiß du weißt das geht direkt das was du hast ja ich weiß ja ich weiß er benutzt die nicht automatisch da nee ich hab sie aber wirklich benutzt jetzt benutze ich meine ich hab vor allen Dingen hab ich eben kein Leben dazu bekommen ach ich bin da hinterher ich bin so dumm da holt euch das Hähnchen Kinder mir das Geld so das Essen ist jetzt immer für mich oh er haustier 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 achso den musst du letztes Mal musstest du den komplett alleine machen weil alle gestorben sind ja oh guck diesen Wirbelspürm den macht der ganz gerne mal oh ja ich hatte ihn gerade richtig in der Mangel und der sich so gerne dreht ich verliere mal aus den Augen wer von denen jetzt der Boss ist ach stimmt wenn du vor so einem Tod bist benutzt er die Heiltränke automatisch scheinbar was ist da aber eben hat er das nicht gemacht vielleicht kann ich ja auch einfach auf B dann dann kriegst du einfach gar nicht mit ich bin fast tot Alter wir haben den Boss noch nicht so viel Leben abgezogen Marcel wie hast du das letztes Mal gemacht für so lange zu überleben ich bin nicht so bad mit dir ich glaub es echt guck mal auf mein Leben guck mal auf euer Leben ich hab noch kein einziges Eingang so ich muss mal gucken dass ich jetzt hier ein bisschen die Übersicht verhalte ich verliere mich auch voll schnell aus den Augen ich benutze das mal blocken ich benutze das mal blocken ich benutze das mal blocken glaub ich gar nicht sieht das was? ja ich kann es damit attacken aus der Einrichtung blocken ja ok Simon hat tolles Leben ich glaub wir müssen uns mal aufs Leben ein bisschen hochscalen ja du bist halt voll aufs Trank gegangen das ist schon Alter Simon ich hab noch nicht in den Mund lebst du wieder da? ich komm mich dann noch nicht mal bewegen ich soll jetzt nicht in den Augen ok Marcel ich bring jetzt rum und du machst den Boss ok? wow Alter wie du das machst man ich hab so aus mal keine Übersicht hier ja du spielst auch League of Legends ich? oder? weil ich zwar nicht letztes Mal Leute gezockt hab weil da in dem Game raffe ich auch nie wo ich bin was du die Ads halt nicht killen kannst echt ätzend die sind halt wieder in den Trank genommen oder hast du diesmal selber? ne ne hat er auch was gemacht wieder ne ne hat er auch was gemacht wieder warte Simon ich versuch die Ads mal alle zu mir zu pullen aber mir wird nicht mal ein Wiederverlebungssymbol angezeigt oder so im Kopf ja du musst einfach dann spamen und hoffen ich glaub das geht einfach nochmal Zeit weg damit das nicht da durchgehen wird ja ich wollt's grade machen äh also es geht auf jeden Fall alles wir müssen versuchen den Boss irgendwie ein bisschen zu ich bin eingefroren what the fuck krass kurz ich hab kein Leben mehr ey mein letzter Akt ist Daniel zurückzuholen nein ich will nicht kämpfen ich will Daniel zurückholen also musst du mich zurückholen Daniel einfach spammen einfach y spammen nein Marcel du machst alles macht er dich wieder beide ach ich bin auch gesteckt du hast denn keinen Heldschrank genommen Marcel wieso triggert er sich bei mir nicht automatisch? ich weiß es nicht ich hab mich nur darauf verlassen dass ich mich nicht darauf konzentrieren muss es gibt jetzt voll auf Verteidigung erst mhm ja bei Daniel sowieso das ist zwangsläufig ok nochmal nochmal der Bossfight alter nochmal alles neu weil war ja gar nicht so viel oh hätt ich das gewusst hätt ich den Boss gemacht haben wir die Haltrenke wieder sonst hätten wir uns das vielleicht neu holen müssen ey ne wir haben keine Haltrege gut Daniel das wird ein langer Kampf für uns das ist halt mal jemand im Boden das ist doch viel besser das ist doch viel besser mit dem Bogen alter ja solange die Leute hast sich vorne an der Front halt nach zurück halten ne wenn die halt die ganze Zeit also wenn die erst alle nur mit dem Bogen spielen wird es schwierig oder? ne so kommen die nicht mal an uns ran oder? ne so kommen die nicht mal an uns ran ja doch da macht die nämlich die Rolle ne so wie ist das? ok ok das lief ja schonmal ähm wir haben halt beide trotzdem wieder neben verloren ja ich raff nicht wie du das machst ey das war die Rolle das weiß ich auch was du mit die Rolle meinst jetzt weiß ich auch was du mit die Rolle meinst das weiß ich auch was du mit die Rolle meinst du musst immer schön L drücken L? ja blocken beim kämpfen ja? du kannst blocken und kannst gleich also dann unterbringst du halt eben Angriff deinen blocken aber danach bist du wieder instant drin ach so neue Combo oh geil ich hab jetzt nen Up was hast du jetzt? knock up das sieht zumindest so aus als ob ich ihn in die Luft werfen kann und dann der Luft dann weiter comboen kann sieht mir stark nach knock up aus sieht mir stark nach knock up aus oh nehmt euch die Birne lecker fick gut das für die also oh sorry Daniel Bossfight oh scheiße ey wie soll denn das jetzt gut gehen wenn du diesmal daran denkst dich zu heilen haben wir ja auch schon mal das zu gewonnen hey ich hab LB gedrückt du bist tot ja das hat mir kein Leben ja das hat mir jetzt ja geklaut nein die wollen nicht nochmal das hat immer noch volles Leben hat ey naja voll ja fast voll oh Junge grad wenn ich hab hart dieser Typ hier das die ganze Zeit hinter mir läuft bin nicht mehr in der Cam drin du bist down tot hol mal Daniel wieder ja ich hab's eben schon mal versucht aber ich werde hier direkt von dem von dem Bastard gefickt was verlinkt die alle an hä nein ich wollte nicht ja die und ja werd mit abgedrückt gar nicht was leck sind. Ja, Mobs, die noch beim Boss nebendran sind. Also normale Gegner. Offizielle Bezeichnung dafür, oder? Ja, beim WoW im Raiden. Aua, ey, ich kann nicht, die schlagen mir staunen, ich kann nicht mehr aufstehen. Ah, rip, ey. Au. Ey, Marcel, Marcel vergisst aber auch kein Leben, wenn wir den angreifen. Ich hab auch mega viel auf Verteidigung. Ich glaub, Marcel hat einfach so'n richtigen Pay-to-Win-Anti-Leben-Verlierer hätten wir kaum. Hä, nein. Ich hab einfach krass, wenn du meine Skill plus meine Waffe anguckst, ich hab locker doppelt so viel auf Verteidigung wie hier. Alter, jetzt hat er aber gerade gemoscht hier hinten. Hast du mich denn schon wieder erwischt? Ja, oder hast du mich schon wieder erwischt? Offensichtlich, ja. Sonst wärst du nicht tot. Ich hab mir einfach gar nichts verliert. Irgendwann ist ja nicht einfach OP. Alter. Yo, okay. Noch weiter nach hinten liegen, oder? Oh, dieser Move. Jetzt sind wir... Ey, jetzt sind wir 20 Minuten in diesem scheißen Bossfight quasi. Alter. Und äh... Länger deinen Halt dran, ne? Nimm mal Halt dran. Als ob er einfach so lange durch halt nicht macht. Weißt du, ich kann mit ihm halt nicht diese... ...combo vom letzten Fight machen, weil ich von den anderen Interrupted werde. Das ist so ätzend. Ah, schon wieder. Nicht mal ansatzweise. Aber das verlierst du auch nie gegen. Die greifen nicht mal an. Wie machst du diese Komponente überhaupt? Ich hab's immer nicht verstanden. Ja, indem du halt deine Fähigkeiten abwechselst. Ich dachte halt, sobald du runter gehst, musst du einen leichten Angriff machen. Dann machst du aber in der Luft wieder eins bis zwei schwere und im runtergehen wieder einen leichten. Ahja. Okay. Direkt verstanden. Wie mach ich einen leichten und wie mach ich einen schweren? Der schwer ist Y und der leicht ist X. Ich glaub, das sind einfach so Spiele, die mehr für Marcel gemacht sind. Ich bin so ein Tryharder wie ihm. Alter. Morscht. Yo. Stiefelkreis auf meine Kosten nicht so witzig, Kinder. Wie kann er denn in der Luft noch seine Fähigkeit machen, bitte? Das ist doch rigged alles hier. Ach, der komische Rambock ist es, dass mich immer den Luft birgt. Oh Gott. Was ist das für ein OP-Pet? Oh. Oh, und das Tier? Ich dachte, das ist gesund. Nein, nein, das Tier gehört dem Boss. Oh, oh, oh. Wenn wir ihn besiegt haben, ist es uns. Oh, der hat nicht mehr viel, der Boss. Ich hab noch zwei Heilpots. Was? Oder einen? Ja, hier stand nur noch einer über deinem Kopf, glaub ich. Ja, oder einen. Leicht aber trotzdem. Nice, Marcel. Junge, ey. Easy. Liegt noch nirgends. Oh, Junge, wo? Warst du ein Reds? Ja. Voll zu, Daniel. Was? 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 Daniel ist tot? Wie, äh, Mark in letzter Ausnahme. Oh, ich bin aber auch nicht mehr gut dabei. Oh, Kacke, ey. Wie wirfst du den Gegner denn überhaupt in die Luft holen? Ich hab dafür meine Fähigkeit jetzt bekommen mit Mandate's Level Up. Alter, der Gegner wird füchzig. Ja, das ist halt so unfair. Ich versteh das nicht, wie man das blocken soll. Okay, er, he, he, was? Oh, ich bin auch tot. Oh, shit, ey. He, he, he. Ich bin schon mal an den Anzeigen spart, dass in diesem Spiel mit Pfeiltrinken draufgehen. He, 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 he. He, he. Äh. He? Wie kann man das denn counten? Also, vielleicht, vielleicht sollte Marcel die Maiden-Kamera aufnehmen. Ich weiß auch nicht. He, he, he. Ich versteh nicht, wie ich die counten soll. Für Daniel und Jesus gerade, wer tot rumliegt, Simulator. Meiner, was ist das denn für eine Fähigkeit? Letztes Mal hast du mich auch abgezogen, oder? Ja, letztes Mal war ich aber auch nicht fast tot nach dem Fight. Ich hab' wieder diese Scheiße mit den Ads hier, ne? Nein! Nur noch ein Trank. Ja, glaub ich, keinen mehr. Hab' keinen mehr. Ach so. Okay, der Dicke ist weg. Nein! Das war's. Wahrscheinlich bin ich zeitgleich mit dem Dicken gestorben. Ich bin der Einzige, der sagt nicht, wir müssen den Bossfight nochmal machen. Ja, ich glaub schon. Ich würd sagen, wir machen einfach ne Aufnahme. Ja, ich würd sagen, den Bossfight machen wir auf jeden Fall offscreen nochmal. Ja, denk ich auch. Ähm. Ihr habt nicht genug Geld. Marcel, du snackst immer alles Geld weg, jetzt können wir uns nicht mal, können wir uns nicht mal Heiltränke kaufen. Nein! Kannst du die Heiltränke nicht droppen? Ne, kann ich nicht. Ich kann die nur trinken. Gut. Wow. Ich würd sagen, wir benden jetzt auch erstmal die Folge. Ja, die Folge benden wir hier. Wir müssen mal gucken, wie wir's machen. Vielleicht gucken leider nicht, ob wir offscreen noch ein bisschen Geld ranschaffen und Heiltränke oder so. Heiltränke oder so. Na, auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe die Folge nicht gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hab ich das so gesagt? Das war so. Tschüss. Vielen Dank.